Alles beginnt mit einer soliden Basis. Auf welche Grundlage baut ihr Unternehmen? Superflach. Maximale Funktionalität. Fugenlos und pflegeleicht. Wir sind Van Berlo und das sind unsere Böden. Schon seit über 40 Jahren Spezialisten für Fundamente und Industrieböden. Tatkräftig. Mit Fachwissen und Speziallösungen. Vom allerersten Entwurf. Optimale Tragfähigkeit. Stabile Fundamente. Bis hin zu unseren Monolith-Betonböden. Wir sind Van Berlo. Starke Zusammenarbeit. Intelligente Innovationen. Erfolgreiche Resultate. Erwarten Sie Qualität unter, im und auf dem Boden? In Situationsstudie und einer umfassenden Analyse. Danach folgt der Entwurf, die Ausführung und zum Schluss Ihr Boden. Wir erledigen diese Schritte schnell und fachmännisch. Bis ins Detail. Wirkungsvoll, kritisch und umfassend. Jeden Tag aufs Neue. Und unsere Technik? Sie kennt keine Grenzen. Sie ist die Basis Ihres Erfolgs. Das richtige Fundament für Ihr Unternehmen. Bauen Sie zukunftsorientiert. Bauen Sie auf die Qualität und das Fachwissen von Van Berlo. Bauen Sie auf die Qualität und die Qualität.